Die Franschaufel hat eine Kapazität von 22 Kubitmetern. Und das bedeutet, dass wir eine einzige Zeug Franschaufel, ganz im Sack von diesen Fliegelanhängern, die wir hier sehen können, befüllen können. Der Tantula-Maschine hat ein Volumen von 6000 Litern. Der PC-4000, meine Damen und Herren, erreicht mit einem 16-Zylindermotor eine unglaubliche Leistung von mehr als 2000 km.